Lass uns zusammen ins Wort gehen. David sagt, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Wir sind auf dem Weg und brauchen Licht, damit wir verstehen und erkennen, wo wir hingehen sollen. Und das Licht ist Jesus selbst. Er selbst ist unser Licht, sein Wort. Das ist Jesus selbst, der uns erleuchtet. Kein anderer kann das tun. In dieser Zeit stehen viele Propheten auf, viele falsche Propheten, viele Christusse, die sagen, wir können euch sagen, was die Wahrheit ist. Jesus sagt, rennt ihnen nicht nach, hört nicht auf sie, bleibt bei mir, bleibt in mir, wie ich in euch. Wer mir nachfolgt, der wird das Licht des Lebens haben. In ihm bleiben, an ihm dranbleiben, mit ihm gehen, das bringt uns Licht, das bringt uns Heil und Erkenntnis. Dadurch werden wir weise, wenn wir in seinem Wort bleiben, wenn wir auf sein Wort hören, wenn wir über sein Wort nachdenken. Und dann werden wir auch gute Frucht bringen. So gehen wir in Sprüche 17, Vers 12 hinein. Mag einem eine Bären, die der Jungen beraubt ist, begegnen, nicht aber ein Tor in seiner Narrheit. Eine Bären, die der Jungen beraubt ist, ist so ein Ausdruck im Alten Testament, im Hebräischen, für einen unbändigen Zorn. Eine Mutter, die ihr Kind vermisst, der das Kind geraubt wurde. Manche Mütter sitzen hier unter uns, können das vielleicht nachempfinden. Wie eine Bärin. Aber ein Tor in seiner Narrheit ist viel schlimmer. Er ist der Sünder, der den ewigen, allmächtigen, liebenden Gott, der uns geschaffen hat, nicht annimmt, der seinen eigenen Weg geht. Der meint, er kann es besser, er weiß es besser. So ein Narr, der den, der ihn geschaffen hat, außer Acht lässt. Und wenn er dann auch noch in seiner Narrheit wütet, wenn der Sünder auf seinem sündigen Weg ist und nicht ablassen kann, wie zerstörerisch ist das. Viel zerstörerischer als der Wut der Bärenmutter. Vers 13. Wer Gutes mit Bösem vergilt, von dessen Haus wird das Böse nicht weichen. Ein starker Vers. Ich habe da viele Gedanken zugesammelt. Es geht um das Vergelten. Und das, was dieser Vers zuallererst und vor allen Dingen aussagt, was Salomo festhält, ist, Gott ist ein gerechter Gott. Er wird das Böse vergelten. Und wenn ein Mensch Böses tut, obwohl er Gutes erfahren hat, wer Gutes zurückzahlt damit, dass er Böses tut, der zieht sich das Strafgericht Gottes zu. Es wird ihn treffen. Das Böse wird zurückfallen auf seinen Kopf. Gott ist ein gerechter Gott. Und er vergilt jedem nach seinen Werken. Lass uns mal aufschlagen. Römer 2, Vers 6 bis 10. Das steht im Neuen Testament. Nicht im Alten Testament. Im Neuen Testament. Römer 2. Denn Gott ist derselbe Gott. Es ist nicht ein unterschiedlicher Gott. Es ist derselbe Gott. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und er ist ein gerechter Gott. Gestern, heute und in Ewigkeit. Er liebt die Gerechtigkeit. Er liebt nicht die Sünde. Er hasst die Sünde. Und hier steht in Römer 2, und wir lesen ab Vers 6, Paulus spricht über den Tag des Zorns, der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Gott will nicht Worte hören, er will Taten sehen. Bei ihm zählt das, was getan wird. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal oder vorletztes Mal. Ich weiß es nicht. Ja, sagen und nicht tun, das ist in Gottes Augen nichts. Aber selbst wenn du Nein gesagt hast und dann umkehrst und es tust, worum Gott dich bittet, ist das eine Freude für Gott. Denn er vergilt jedem nach seinen Werken. Und wenn wir Vergeltung hören, dann denken wir mal an was Negatives. Aber hier steht, denen, die mit Ausdauer in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben. Diese Menschen suchen Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit nicht in einer großen Karriere, nicht darin, dass sie viel Geld haben, viel Macht haben, sondern dass sie das tun, was Gott ihnen sagt, dass sie Gutes tun, gute Werke tun, nach dem, woran Gott Freude hat. Diese Menschen suchen Herrlichkeit nicht in etwas, was sie selbst erreichen, sondern in dem, was Gott ihnen schenken wird. Diejenigen, die das mit Ausdauer tun, nicht einmal jeden Tag eine gute Tat, dann habe ich es abgehakt, dann kann ich wieder die Sau rauslassen. Nein, mit Ausdauer dranbleiben. Weil es ihr Wesen, ihr Charakter geworden ist, weil es ihnen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Nicht, weil es etwas Aufgezwungenes, etwas Fremdes ist, sondern es ist ihr eigenes. Sie empfangen, ihnen wird vergolten, ihr Leben mit ewigem Leben. Gutes vergilt Gott mit Gutem. Er schenkt so gerne, er gibt so gerne Gutes und er freut sich, diejenigen, die Gutes tun, zu belohnen, ihnen Gutes zu geben, sie zu segnen. Und das ist gerecht, das ist richtig so. Es ist das gerechte Gericht Gottes, dass die Guten ewiges Leben empfangen, die Gutes getan haben. Denen jedoch, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Auch interessant, wie diese Menschen charakterisiert werden. Sie sind von Selbstsucht erfüllt. Bestimmt. Und sie sind der Wahrheit ungehorsam. Das haben wir letztes Mal gesehen. Das Evangelium, die Wahrheit Gottes. Es geht darum, sich dieser Wahrheit unterzuordnen, diese Wahrheit anzunehmen. Sie ist so segensreich. Sie ist eine so wunderbare Botschaft. Wir sind so gesegnet durch Gott. Er liebt uns. Das ist doch eine wunderbare Botschaft. Wieso muss man dem gehorsam sein? Ja doch, du musst dem gehorsam sein, weil in dir etwas widerstrebt. Weil mit der Botschaft, dass Gott dich liebt, ist auch verbunden, dass Gott dein Herr sein will. Weil er so gut ist und gute Wege für dein Leben hat, möchte er gerne dein Leben leiten. Aber er braucht ein Ja dazu. Er will dir das nicht aufzwingen, sondern er fragt dich, willst du nicht unter meine gute Leitung, unter meine gute Herrschaft kommen? Willst du mich nicht als deinen König annehmen? Denn das ist der Name. Christus ist König. Willst du mich nicht als König annehmen? Das bedeutet, dass wir gehorsam werden. Wir fügen uns. Wir lassen uns leiten von seinem Wort. Wir lassen uns leiten von seiner Wegweisung. Wir lassen uns führen. Wir begehren nicht mehr auf. Aber das tun diese Menschen. Sie sind der Wahrheit ungehorsam. Sie haben jemand anders für sich bestimmt als ihren Führer und Leiter. Sie denken, sie leiten sich selber. Sie sind ihre eigenen Herren. In Wirklichkeit ist es aber die Macht der Sünde in ihnen, das Widerstreben gegen Gottes gute Führung und Leitung. Das ist das, was sie leitet. Dem sind sie gehorsam. Dieser Kraft. Der Kraft der Ungerechtigkeit sind sie gehorsam. Und so sehen dann auch ihre Werke aus. Die Werke des Fleisches kennen wir in Galater 5. Und dem, der ein solches Leben lebt, der die Lebenszeit, die Gott ihm gegeben hat, dafür benutzt, um Böses zu tun, dem wird auch mit Bösem vergolden. Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt. Und da gibt es keinen Unterschied. Gott macht keinen Unterschied zwischen den Menschen. Sowohl Juden als auch Griechen, Menschen aus allen Völkern, Menschen aus allen Schichten sind gleich vor dem Richter Gott. Gott, ob du arm bist, ob du reich bist, ob du irgendwie eher eine helle oder eine dunkle Hautfarbe hast, ob du alt geworden bist oder jung gestorben bist, ob du mächtig bist oder ohnmächtig. Jeden Menschen trifft das. Wenn du dein Leben dafür benutzt hast, Böses zu tun, wirst du Böses empfangen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Paulus offenbart hier, es gibt da keinen Unterschied. Nur weil Gott einen Bund geschlossen hat mit diesem Volk der Juden, weil er gesagt hat, ich liebe euch, ihr seid mein Volk, heißt es nicht, dass ihr Leben nicht geprüft wird mit dieser Messlatte, mit dieser Prüflatte. Was hast du getan in deinem Leben? Geschwister, und das gilt auch für uns. Auch wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Und wir werden empfangen, was unsere Taten gebührt. So sagt Paulus das. Wir denken immer, ja, Gericht, das ist immer nur für die anderen. Wir sind ja die geliebten Kinder Gottes. Uns trifft das alles ja nicht. Nein. Wisst ihr, wir haben, es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied, da kommen wir auch gleich zu. Ich werde euch das alles nochmal ganz genau aufschlüsseln, das ganze Evangelium. Hier gibt es das volle Evangelium. Aber wir sollten uns nicht einbilden, nur weil wir uns Christen nennen, dass uns das nicht betrifft. Hier sagt Gott, es betrifft alle. Sowohl das auserwählte Volk der Juden, das geliebte Volk, das erlöste Volk betrifft dieses Gericht. Was hast du getan? Als auch die, die Gott nicht kennen. Also Gott ist ein gerechter Gott. Und der Spruch hier aber in Vers 17 sagt uns, dass es Menschen gibt, die Gutes mit Bösem vergelten. Und darin wird die Sündhaftigkeit von uns Menschen so offenbar. Wenn wir Gutes erfahren, wir zahlen es Böse zurück. Das ist so, als wenn dir jemand zu Weihnachten ein schönes Geschenk eingepackt hat. Du machst es auf. Oh, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Jetzt pack mal mein Geschenk aus. Derjenige packt das Geschenk aus und boff, eine Bombe geht hoch. Ha, ha, ha. Wie finster ist das, oder? Wer Gutes mit Bösem vergilt, so sind wir Menschen. Wir vergelten Gutes mit Bösem. So hat es Jesus erlebt. Als Gott seinen Sohn auf die Erde gesandt hat, da hat er genau das erlebt. Das Gute, was er getan hat, wurde ihm mit Bösem vergolten. Er wurde verfolgt. Er wurde verleumdet. Sie haben ihn beschimpft. Sie haben Böse über ihn geredet. Sie haben Pläne geschmiedet, ihn zu töten. Sie haben ihn dann ungerechtfertigterweise verhaftet in der Nacht- und Nebelaktion, haben ihn vor Gericht gestellt mit falschen Zeugen. Lügen wurden als Wahrheit anerkannt. Und das ist auch so etwas, wisst ihr, Geschwister, dieses Verdrehen von Böse zu Gut. Jesaja 5, Vers 20 heißt, wer, wer Gutes Böse nennt, und Böses Gut. Wer. Und so sind wir. Wir Menschen in unserer Sünde, wir verdrehen die Maßstäbe Gottes. Wir nennen die Betrüger trickreich. Wir nennen die Frechen selbstbewusst. Wir nennen die Gierigen, die Ehrgeizigen nennen wir die Siegertypen. Geiz ist geil, habe ich letztes Mal schon gesagt. Wir nennen den Mord an Kindern, nennen wir Abtreibung. Und obwohl es im Gesetz sogar geschrieben ist, dass es verboten ist, aber unter bestimmten Bedingungen straffrei ist, wird überall erzählt, dass es erlaubt wäre, dass es richtig ist, dass es in Ordnung ist. Und da gibt es noch viele, viele Beispiele für. Und aus dieser Haltung, aus dieser Herzenshaltung heraus, bestrafen wir das Gute und belohnen das Böse. Und das ist Gott ein Gräuel. Das steht hier weiter unten. Vers 15. Wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den Gerechten für schuldig erklärt, ein Gräuel für den Herrn sind sie alle beide. Es kotzt Gott an, unsere Ungerechtigkeit, wie wir die Gerechtigkeit Gottes verdrehen, wie wir aus Böse gut machen und gut böse. Und Gott sagt, wehe. 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 Und da wir alle, all das Gute, was Gott uns geschenkt hat, von Anfang an, er hat uns Leben gegeben, er hat uns hineingestellt in eine wundervolle, wunderbare Schöpfung, er hat uns seine Schöpfung übergeben, er hat uns sogar Macht gegeben über die ganze Schöpfung, über die Tiere. Wie mächtig sind wir Menschen auf dieser Erde und noch darüber hinaus, fliegen sie ins Weltall, auf den Mond, auf den Mars, schießen unsere Sonden in den Weltraum. Ja, wir sind so wissbegierig, wir wollen alles wissen, wir wollen alles erforschen und überall, wo wir hinkommen, liegt unser Müll rum. All das Gute, was Gott uns gegeben hat, wir gebrauchen es, wir missbrauchen es und geben dafür Böses zurück. Wie viel Kraft wird eingesetzt zu Bösem auf dieser Welt? Wie viel Energie, wie viel Lebenszeit? Wir haben das Gute, was Gott uns gegeben hat, mit Bösem vergolden. Alle miteinander. Paulus sagt, da ist keiner, der es Gott wirklich das gegeben hat, was ihm gebührt. Was gebührt ihm denn? Mein ganzes Leben, jeder Atemzug, wir singen das, jeder Atemzug soll dir zur Ehre sein. Wer von uns kann das sagen? Jeder Atemzug meines Lebens habe ich zu Gottes Ehre getan. Mit jedem Atemzug habe ich ihn geehrt und verherrlicht. Keiner. Wir haben das Gute, was er uns gegeben hat, den Atem missbraucht zu Bösem. Haben mit diesem guten Atem Menschen verflucht, haben gelogen und betrogen. Haben uns selbst groß gemacht in unserer Prahlerei. Der gerechte Gott wird Gutes mit Gutem vergelten und Böses mit Bösem. Aber Gott ist nicht nur gerecht, sondern er ist auch gnädig und barmherzig. Und in seiner Gnade, und das macht sein Wesen, sein Charakter aus, das ist mal Psalm 103 aufschlagen, ein paar Seiten vorher, tut er etwas, was erstmal dem zu widersprechen scheint. Es scheint einen Widerspruch zu geben zwischen dem gerechten Gott und dem gnädigen Gott. Aber Psalm 103 Vers 8 zeigt uns auf, worum es eigentlich geht in der Barmherzigkeit und Gnade Gottes. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Was heißt das? Es heißt, dass er langsam zum Zorn ist und groß an Gnade. Die Gnade Gottes besteht darin, dass er das Unrecht für eine Zeit lang aushält, erträgt. Er führt das Gericht nicht direkt aus, sondern erwartet. Es ist die Geduld Gottes, das Ausharren, was seine Gnade auszeichnet. Er wartet. Worauf wartet er? Er wartet darauf, dass der Böse von seinem bösen Weg umkehrt. Der gnädige Gott zeichnet sich dadurch aus, dass er sich erstmal der Vergeltung enthält. Er vergilt nicht, sondern er wartet. Er vergilt Böses nicht mit Bösen. Das steht hier auch in Vers 10. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. In der Flut hat er es getan. Er hat einen Zeitpunkt festgesetzt und hat gesagt, an diesem Zeitpunkt werde ich Gericht halten über die Sünde auf dieser Erde, denn das Trachten der Herzen der Menschen ist böse von Jugend auf. Ich will es endlich weg haben. Ich will es nicht mehr sehen. Sein Hass gegen die Sünde ist so groß, gegen die Ungerechtigkeit ist so groß, dass er ausgelöscht hat, alle Sünder vertilgt hat von der Erde. Dann aber sagt er, ich will es nicht noch einmal tun mit dem Wasser, die ganze Erde überfluten und alles Leben durch das Wasser auslöschen. Ich will es nicht noch einmal tun, denn das Trachten der Herzen der Menschen ist böse von Jugend auf. Der gerechte Gott und der gnädige Gott sind derselbe, sind nicht zwei unterschiedliche Götter. Wir sehen sie in dieser Geschichte vereint und er kommt in seiner Gerechtigkeit zu einem anderen Schluss als in seiner Gnade. Seine Gnade sagt, wir geben ihm noch Zeit, wir vergelten noch nicht. Aber die Gnade geht noch weiter. Die Gnade geht so weit, dass Jesus sagt, Gott ist gut zu den Bösen und zu den Ungerechten. Er lässt regnen, er lässt seine Sonne scheinen. Er beschenkt die Menschen, die von ihm abgewandt leben. Er gibt ihnen Gutes. In Apostelgeschichte 14 sagt er, sagt Paulus, Gott gibt den Menschen, die ihre eigenen Götter aufgerichtet haben, dennoch Ernte, gute Zeiten, er gibt ihnen sogar Freude ins Herz. Und dadurch wirbt er, er wirbt bei den Sündern, bei denen, die Böses tun, und er wirbt darum, dass sie doch erkennen, dass Gott gut ist und dass sie aufhören damit, Gutes mit Bösem zu vergelten, sondern dass sie umkehren. Ja, noch mehr. Gott hat das schönste, das beste Geschenk uns gemacht. Wir feiern es jetzt zu Weihnachten. Das schönste Geschenk hat er verpackt, uns bösen Menschen, von denen er nur erwarten kann, dass wir eine Bombe ihm schenken, im Geschenk, Papier eingewickelt. Er schenkt uns seinen Sohn das Kostbarste, was er hatte. Er schenkt uns nicht einfach nur ein Haustier, nein, er schenkt uns seinen Sohn in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegen. Da ist er, dieses hilflose Wesen für uns, rein, ohne Sünde, gut, durch und durch und er wächst und gedeiht unter Gottes Schutz und wird ein Mann und was tut er? Er tut Gutes, Gutes und Gutes und segnet und segnet und segnet und heilt und befreit. So ist unser Herr. Er ist gut, gerecht, er liebt die Menschen, er segnet sie, er tut Gutes, wo die Menschen Böses tun. und er gibt sein Leben. Er sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Aber wo waren sie denn, seine Freunde? Haben sich alle abgewandt von ihnen, haben ihn verleugnet? Sind das seine Freunde? Nein, aber er hat uns zu seinen Freunden gemacht. Seine Feinde hat er zu seinen Freunden gemacht durch seine Liebe, die viel größer ist, die alle Schranken durchbricht. Er hat unser Böses mit Gutem vergolden. Und dadurch rettet er alle diejenigen, die bereit sind, zu erkennen, zu glauben und zu bekennen. Die ihre Augen öffnen und im Glauben, im Vertrauen das annehmen, was sie sehen durch seine Kraft. Und die es dann auch bekennen in ihrem Leben mit ihrem Mund und mit ihrem Leben. Was ist es? Erstens, es ist das Erkennen, Glauben und Bekennen, dass sie das Gute mit Bösem vergolten haben. Ich muss meine Sünde bekennen. Ja, Gott, du hast recht. Ich habe all das Gute, was du mir gegeben hast, mit Bösem vergolden. Ich habe dich nicht geehrt und geachtet mit meinem Leben. Ich bin so selbstsüchtig oft gewesen. Ich bin so von meiner eigenen Sichtweise überzeugt gewesen. Ich bin in meinem Ungehorsam gegen die Wahrheit, gehorsam gegen die Ungerechtigkeit geworden. Ich habe das Gute, was du mir geschenkt hast, mit Bösem vergolden. Wie alle, die Jesus gekreuzigt haben. Ich bin auch einer von ihnen. Und das Zweite ist, ja, Gott, du hast recht, wenn du Böses mit Bösem vergilzt. Du hast recht damit. Es ist gerecht, dass ich verdammt bin. Es ist gerecht, dass ich unter dem Urteil Gottes stehe. Und das Dritte ist, ja, Gott, du hast es anders gemacht. Du hast mein Böses mit Gutem vergolden und hast mir Jesus geschenkt. Und durch Jesus habe ich Vergebung durch sein Blut. Du hast mir das Böse mit Gutem vergolden. Das zu erkennen, zu glauben und zu bekennen, das erbringt für uns Rettung aus unserem sündigen Zustand. Und es befreit uns dazu, das zu werden, was wir eigentlich sein sollen, nämlich sein Ebenbild. Sodass wir nun als seinen Nachfolger seinem Beispiel folgen. Durch die Kraft Gottes, durch seinen Geist in uns, macht er uns dazu fähig, formt er uns um dazu. Durch die Kraft des Geistes können wir wieder neu erkennen, was wirklich böse ist und was gut ist. Unsere Maßstäbe werden wieder zurechtgerückt. Da, wo wir vorher Böses Gut und Gutes Böses genannt haben, wird uns wieder aufgezeigt durch das Wort Gottes, wie es eigentlich richtig ist, wie es wirklich ist. Und dann fangen wir an, mit Gott zusammen Gutes mit Gutem zu vergelten. Wenn uns Gutes getan wird, tun wir Gutes zurück. All die Segnungen Gottes, wir danken Gott, wir geben ihm die Ehre dafür. Ja, und wir stellen unser Leben ihm zur Verfügung, als lebendiges Opfer, sodass wir singen können, all meinen Atem, jeder Atemzug soll dir zur Ehre sein. Es ist nicht etwas, was Realität ist, aber was unsere Sehnsucht ist und durch die Kraft des Heiligen Geistes dann aber auch Wirklichkeit wird. Es kommt der Tag, Geschwister, wo wir befreit von der Last des Fleisches in Ewigkeit Gott dienen werden, mit jedem Atemzug ihn verherrlichen werden, ohne Sünde. Der Tag wird kommen. Super, ne? Aber es fängt jetzt schon an durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir strecken uns aus, dass Gottes Geist uns mehr erfüllt, sodass unser Atem, jeder, möglichst jeder Atemzug ihm Ehre bringt. Das, was wir tun, das, was wir sagen, ihn verherrlicht. So wollen wir Gutes mit Gutem vergelten, das Gute, was er uns getan hat. Wir wollen nicht darin bleiben, als Kinder Gottes haben wir die tiefe Sehnsucht in uns durch den Heiligen Geist, dass das Gute, was Gott uns geschenkt hat, dass wir ihm das mit Gutem vergelten. Dass es nicht so ist, wie vorher, dass wir das Gute, was er uns getan hat, mit Bösem vergelten. Und ja, wir wollen von ihm lernen, auch Gutes mit Gutem zu vergelten, wo andere Menschen uns Gutes tun. Wir wollen ihnen Zeichen der Dankbarkeit geben. Wir wollen Gutes tun, zurückgeben. Und Gott verherrlichen wir auch dadurch, dass wir Menschen segnen, ihnen Gutes tun. Egal, was sie uns getan haben. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt. Wir lernen von Gott, Böses nicht mehr mit Bösem zu vergelten. Dazu fordert Gott uns auf. Er sagt, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Tut das nicht. Als Kinder Gottes ist das nicht eure Aufgabe. Es ist nicht euer Weg. Euer Weg ist mein Weg. Seid langmütig. Langsam zum Zorn, so wie ich. Wartet. Haltet euch zurück. Schlagt nicht zurück. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Ja, in der Gemeinde sollt ihr sogar darauf achten, nicht nur, dass ihr es nicht tut, sondern auch kein anderer. Da fordert uns Paulus dazu auf, 1. Thessalonicher 5, Vers 15, achtet darauf, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergilt. Das soll in unserer Mitte keinen Raum haben. Nicht nur in mir, in meinem Leben, sondern in unserer Gemeinschaft. Und wenn wir das sehen, sollen wir dazwischen gehen. Was hilft uns, diesen Schritt zu machen, der so schwer ist? Wisst ihr, wenn mir Unrecht getan wird, ich kann das so wenig haben. Das ist doch furchtbar. Da muss doch was geschehen. Wenn ich Fehler mache, dann liebe ich den gnädigen Gott und ich rufe ihn an und ich preise ihn und ich sage jedem, ja Gott ist gnädig. Danke Jesus, dass du meine Sünde vergibst, meine Ungerechtigkeit. Aber wenn mir Unrecht getan wird, ja dann rufe ich den gerechten Gott an. Dann liebe ich den gerechten Gott. Dann schreie ich zu dem gerechten Gott, der all das Unrecht doch richten soll, was mir angetan wurde. Und ja, das ist der erste Schritt, Geschwister, das ist wirklich der erste Schritt, rauszukommen aus einer falschen Sichtweise zu lernen, Böses mit Bösem, also Böses nicht mit Bösem zu vergelten. Ein erster Schritt ist, der Herr möge es ihm vergelten. Zweite Timotheus 4, Vers 14. Der Herr möge es ihm vergelten. Nicht ich, Gott ist der Richter. Er soll das Böse mit Bösem vergelten, denn das ist sein Recht und er ist der gerechte Richter und er kann es auch viel besser als ich. Ich in meinem gerechten Zorn, scheinbar gerechten Zorn, bin oft sofort ungerecht. Ich versündige mich. Paulus sagt uns, zürnt aber sündigt nicht dabei. Und das ist so schwer. Deswegen sagt Jakobus, lass es lieber mit dem Zorn, denn der Zorn eines Mannes, gerade eines Mannes, tut nichts Gutes. Nein, enthaltet euch des Bösen und denkt daran, Gott wird das Böse richten zu seiner Zeit und er wird es richtig tun. Aber dann geht es noch einen Schritt weiter. 1. Petrus 3, 19. So wie Jesus es gelehrt hat, hat Petrus es auch gelehrt durch den Heiligen Geist. Er sagt, 1. Petrus 3, Vers 8, Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung. Wenn dich einer beschimpft, dann schimpf nicht zurück. Jetzt geht Petrus aber noch weiter, sondern im Gegenteil segnet. Jetzt wird es kriminell. Du wirst beschimpft und als Antwort segnest du. Ich segne dich. Gott segne dich. Gott schenke dir Licht, Leben und Heil und Heil. Segnet. Weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Das heißt, ich weiß, dass ich so reich gesegnet bin. Ewiges Leben werde ich empfangen. Dadurch, dass Gott durch seinen Geist in mir lebt und mich verändert, sodass ich Gutes tue anstatt Böses, wie ich früher immer gemacht habe. Er wird mir ewiges Leben schenken, weil er mich gerettet hat. Er ist meine Gerechtigkeit und er gestaltet mein Leben um, sodass ich sogar am Ende Lohn empfange. Ich werde eine Krone empfangen. Was werde ich mit dieser Krone machen? Ich werde es so machen, wie die Ältesten vor dem Thron Gottes in Offenbarung 4. Ich werde mich hinschmeißen vor meinem Herrn und werde die Krone von meinem Kopf herunternehmen und sie vor seine Füße werfen. Warum? Weil ich weiß, dass alles von ihm kommt. Dass alle Ehre ihm gebührt. Das, was Gutes in meinem Leben war, das kommt von ihm. Er hat es gewirkt. Wie kann ich dann mich fett hinsetzen und sagen, ja, das habe ich gut gemacht. Gott tut das. Er gibt mir diese Krone. sagt, gut gemacht, du treuer Knecht. Er lobt mich für etwas, was er in mir getan hat. Er ist so gut. Er ist so liebevoll. Ich will ihm alle Ehre geben. Ihm gebührt alle Ehre. Und so bin ich ein Erbe des Segens, des Segens Gottes, des ewigen Lebens. Ich werde mit Christus regieren. Ich werde all die geistlichen und irdischen Reichtümer genießen, mit Christus zusammen. Ich werde die ewige Gemeinschaft, Liebesgemeinschaft mit Gott genießen. Ewig in seinen Armen liegen, ewig mit ihm Taten tun, gute Taten. Ich bin so reich beschenkt. Petrus sagt, guck mal, du bist, du hast Segen im Überfluss, Reichtum in alle Ewigkeit. Warum willst du dann jetzt knausrig sein? Verschenk doch deinen Segen. Du bist ein Milliardär. Du kannst doch mal ganz locker irgendjemandem eine Million in die Tasche stecken. Egal, wie der drauf ist, ist doch egal. Ich bin doch sowieso reich gesegnet. Ich gucke nicht drauf, ob der es verdient hat oder nicht verdient hat. Ist mir doch egal. Ich segne einfach. Sei doch gesegnet. Wisst ihr, man muss doch gönnen können. Beschenkt doch Menschen, wie finster sie auch immer drauf sind. Wir sind doch selber zu bestimmten Zeiten in der Finsternis gewandelt. Und Gott hat uns gesegnet und hat uns Gutes getan. So will Gott uns verändern, dass wir auch Gutes tun. Böses mit Gutem Vergelt so wie er. Am Ende wird Jesus aber wiederkommen und er wird alles wieder zurecht bringen. Offenbarung 22 Vers 12 siehe ich komme bald und mein Lohn mit mir um einem jeden zu vergelten wie sein Werk ist jeder wird das empfangen was er getan hat und das ist doch unser Herzenswunsch da wir gerettet wurden durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus durch sein Warten Er war geduldig und hat gewartet und mit seiner Liebe hat er uns beschenkt all das Gute hat er uns gegeben für unser Böses und dadurch hat er unser Herz gewonnen und wir haben uns geöffnet und haben Rettung erfahren Heil erfahren Veränderung erfahren sind neu geworden wünschen wir uns das nicht für die vielen anderen Menschen die in der Finsternis sind dass sie auch diese Veränderung erfahren ja selbst mein größter Feind ich wünsche ihm nicht dass er in die Hölle fährt ich möchte dass er gerettet wird denn Gott will es Gott sagt ich will dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden lass uns darum ringen ein Teil dieser Rettungsaktion Gottes wir befinden uns in dieser Zeit der Gnade in dieser Zeit des Wartens wo Gott wartet bis er seinen Zorn ausgießt über diese Erde er hält sich selbst zurück seine Gerechtigkeit schreit die Gerechtigkeit schreit danach dass endlich das Böse mit Bösem vergolten wird und es schreit danach dass die Guten endlich belohnt werden aber nein wir wollen mit Christus leiden in einer ungerechten Welt und warten bis der Zeitpunkt kommt bis Jesus wieder kommt wir können es nicht selber machen wir können nur dafür beten Herr komme bald aber solange er sich entscheidet noch nicht zu kommen und diese Gerechtigkeit wieder herzustellen solange wollen wir mitwirken an dem was Gott jetzt tun will nämlich Menschen retten und das tun wir indem wir ihm ähnlich werden indem wir lernen Böses nicht mit Bösem zu vergelten sondern im Gegenteil zu segnen wo wir geflucht werden zurück zu Sprüche 17 wollen noch kurz durch die letzten Verse hier in Kapitel 17 gehen wie einer der Wasser entfesselt in Vers 14 so ist das Haus äh Quatsch wie einer der Wasser entfesselt so ist der Anfang eines Streites bevor also der Rechtsstreit losbricht lass ab ich musste an diesen Dammbruch denken in Brasilien weiß nicht wer das noch im Sinn hat diese Schlammlawine die sich ergossen hat diese Dammbrüche das sind manchmal nur so kleine Risse die dann plötzlich zu einer Kettenreaktion führen und du kannst es nicht aufhalten du kannst den Damm nicht festhalten es ergießt sich alles und reißt alles mit sich und die Kraft des Wassers ist so groß dass Brücken mitgerissen werden Häuser werden niedergerissen Menschen werden darunter begraben und so ist ein Streit Geschwister ein Diener Gottes soll nicht streitsüchtig sein er soll nicht streiten sondern sanftmütig sein demütig den Frieden suchen nicht im Verzicht auf die Wahrheit aber bei weitem nicht damit dass man irgendwie mit Worten oder mit Taten versucht zu kämpfen und sich selbst durch zu resetzen mit den eigenen Ellbogen nein wir sollen sehen dass wir den Streit beenden dass wir Versöhnung suchen Jesus hat das auch gesagt wenn du auf dem Weg zum Richter bist dann seh zu dass du dich versöhnst auf dem Weg wenn du noch auf dem Weg bist sonst kommst du am Ende vor den Richter und wirst das Urteil empfangen ein Fessler also nicht den Streit bricht den Rechtsstreit nicht los sondern lass ab wer den Schuldigen gerecht spricht und wer den gerechten für schuldig erklärt ein Gräuel für den Herrn sind sie alle beide haben wir vorhin schon gelesen wozu denn Geld in der Hand des Toren um Weisheit zu kaufen da ihm doch der Verstand fehlt hier geht es um den Umgang mit Finanzen wir brauchen Weisheit manche 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 die sehnen sich danach viel Geld zu haben haben aber wenn du viel Geld hat kannst du viel Geld zum Fenster raus werfen und es gibt viele Menschen die mit Geld nicht umgehen können die in Schulden fallen gerannt sind und darin festhängen wir brauchen Weisheit im Umgang mit Geld und die Weisheit liegt manchmal darin das Geld nicht zum Fenster raus zu schmeißen sondern das Geld zusammen zu halten die Weisheit liegt darin zu rechnen und nicht mit Dingen zu rechnen die man nicht hat sondern nur mit dem was man hat manche Menschen rechnen mit ganz viel Geld was sie nicht haben was sie meinen was sie kriegen werden aber du weißt nicht was morgen ist lass dir von Gott Verstand geben und Weisheit streck dich aus Gott möchte dir gerne Weisheit geben dass du gut und richtig mit Geld umgehen kannst und fang mit den kleinen Dingen an nimm Gott mit hinein in deine Finanzen das ist so wichtig du kannst beten du kannst Gott bitten dass er dir Weisheit gibt in Entscheidungen die du treffen musst die Finanzen angehen Gott gibt dir gerne Weisheit aber er wird dir kein Geld geben wenn du dumm bist und meinst ich weiß schon was ich damit machen werde dann ist es eine Gnade wenn Gott dir kein Geld gibt ein Freund liebt zu jeder Zeit und als Bruder für die Not wird er geboren ja das hatten wir auch schon angesprochen dass Jesus unser Freund ist der zu aller Zeit liebt er ist der treue Freund einen treueren Freund kannst du niemals haben aber trotzdem sehen wir uns auch nach einem Freund aus Fleisch und Blut der mit uns durchs Leben geht der an unserer Seite ist der uns hilft in unserer Not der uns beisteht der treu ist ja wir haben eine große Sehnsucht danach manchmal schenkt Gott uns das dass wir jemanden finden so wie David und Jonathan sich gefunden haben und dann vor dem Herrn einen Bund geschlossen haben und sich gegenseitig gestärkt haben im Glauben im Vertrauen auf Jesus damals noch nicht Jesus aber Jahwe wusste noch nicht dass er Jesus heißt 1. Samuel 17 bis 2. Samuel 1 kannst du das nachlesen über diese Freundschaft bis in den Tod wir haben oft so einen großen Schmerz wenn wir nicht so einen Freund haben wir denken so da ist keiner der liebt mich der ist mir treu der ist ein Bruder in der Not ich habe niemanden wisst ihr was Jesus dazu sagt zwei Sachen erstens ich bin bei dir alle Tage bis an der Welt Ende und zweitens was du möchtest dass andere für dich tun das tu du ihnen wem bist du ein solcher Freund wenn du dich nach so einem Freund siehst dann fang an und bete zu Gott dass er dir jemanden zeigt für den du so ein Freund sein kannst Gott wird dir jemanden zeigen da sei man gewiss vielleicht ist es nicht jemanden den du dir persönlich so aussuchen würdest wir haben ja immer unsere Vorlieben wie gesagt wenn wir nach einem Freund Ausschau halten dann fragen wir immer im tiefsten innersten was kann er für mich tun ist er derjenige wo ich mich geborgen fühle wo ich meine Sorgen los werden kann aber Gott will das andersrum machen Gott möchte dass wir für jemanden da sind weil er für uns da ist und dann wirst du plötzlich so beschenkt mit einem Freund der dann auch für dich da ist ein Mensch ohne Verstand ist wer Handschlag gibt wer Bürgschaft leistet gegenüber seinem nächsten das hatten wir schon das brauchen wir nicht mehr haben wir gelernt wer zankt liebt liebt vergehen wer seine Tür hoch macht sucht Bruch wer verschlagenen Herzens ist findet kein Glück und wer sich mit seiner Zunge windet fällt ins Unglück wer einen Toren zeugt dem bringt es Kummer und keine Freude hat der Vater eines Narren ja wenn Eltern Kinder haben die sich abwenden von Gott und seinen guten Wegen das ist schon eine schwere Not für Eltern deswegen lasst uns beten für unsere Kinder und lasst uns darum ringen dass wir ihnen gutes Vorbild sind in allen Dingen so dass sie den Weg Weg der Torheit ein fröhliches Herz bringt gute Besserung aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus das ganze Thema Psychosomatik wir sind ja so klug wir haben so viel rausgekriegt nein die Bibel weiß es schon lange die Psyche und der Leib die hängen eng zusammen du brauchst ein fröhliches Herz damit du auch eine Krankheit überwinden kannst und diesen Segen diese Ermutigung diese Aufrichtung die wir Gott uns so gerne geben aber jetzt suchen so viele Menschen ihr heil nur in Medikamenten aber du brauchst dein fröhliches Herz dein Geist muss aufgerichtet werden wer kann das tun nur der Arzt deiner Seele das ist unser Gott der uns so gerne Gutes gibt uns so gerne segnet uns so gerne ermutigt und stärkt der uns die Perspektive über dieses Leben hinaus aufzeigt der uns Hoffnung und Mut gibt selbst in schlimmster Krankheit selbst wenn der Arzt sagt es geht nichts mehr ist alles aus in zwei Wochen stirbst ein nimm wenn du auf der suche nach Weisheit bist es ist dir vor Augen Gott ist dir nahe er will dir so gerne Weisheit geben ein törichter Sohn bedeutet für seinen Vater Verdruss und Bitternis für die die ihn geboren hat schon Geldstrafe für den Gerechten ist nicht gut aber edle zu schlagen ist gegen das Recht das hatten wir alles schon Wer seine Worte zügelt besitzt Erkenntnis und wer kühlen Geist bewahrt ist ein verständiger Mann Ja so wie Gott sich zügelt wie er Böses nicht mit Bösem vergilt so sollen auch wir Menschen sein die ihre Worte im Zaum haben die kein unbedachtes Wort rauslassen aus ihrem Mund die ruhig bleiben sich nicht ereifern sich nicht hineinsteigern und dann in einem Wortschwall Worte sagen die man nicht mehr zurück nehmen kann auch ein Narr wenn er schweigt kann als weise gelten wenn er seine Lippen verschließt als verständlich ja sogar jemand der eigentlich das nicht hat wenn er dann wenigstens den Rat befolgt und seinen Mund schließt wird er als weise gelten Jesus wir danken dir für dein Wort für deine Weisheit wir danken dir für deine Güter und Barmherzigkeit in unserem Leben wir danken dir dass du uns nicht das böse mit bösem vergölten hast sondern dass du Gutes getan hast und uns gerettet hast aus diesem verderben bringenden elenden Kreislauf der Sünde wir danken dir dass du uns ewiges Leben schenkst und dass du unser Leben neu machst wir danken dir das ist das ist wie sein ist 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 ist